Neuer Tag, neuer Folge als Shop. Es tut mir leid, ich habe das irgendwie heute voll verplant. Gucken wir mal, was jetzt da reingekommen ist. In zwei Tage kommt die Season 2. Besser gesagt, die Season 2 startet erst am 8. Oktober. Merkt euch den 8. Oktober. So, gehen wir mal jetzt hier rein. Also oben T-Rex, 3500. Kundschafter, Unterteil für 5 Kronen. Wow, Kundschafter Oberteil. Das sieht ja mal irgendwie ganz schön nice aus, wie ich finde. Und dann haben wir unten Hose für 1800. Orangen Limote 1400. Ustender Wolf 1700. Unitim 1700. Ninja Meister, 5 Kronen und Goldner Schlüpfling. Lass mir doch einen Daumen nach oben da. Ich sag ciao, ciao.